Für mehr Lebensqualität, die Villa GASA, euer Vermachter von Wohneigentum, mein Name ist Markus Gerber. Ein Dreifamilienhaus, ein 2,5-3- und eine 4,5-Zimmerwohnung. Das Haus wurde 1892 gebaut und 1979 bis 1985 zum grossen Teil umgebaut und sonniert. Die Lache ist sehr ruhig und das Haus steht in einem nebstrahlten Bautungen. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind zu Fuss in ein paar Minuten erreichbar. Natürlich kann das ganze Haus als eins genutzt werden oder wie zum Teil vermietet werden, wie es jetzt gemacht wird. Ruhe, Platz und Lebensqualität habt ihr hier auf sich. Für eine Besichtigung oder Fragen stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Ich bin Paulin, ich bin Paulin, ich bin Paulin. Untertitelung des ZDF, 2020